Ich will mehr. Ich will die anderen von meiner Top-Five-Liste treffen. Ich will Penny sehen und Charlie und Sarah, alle, versteht ihr? Einfach bloß sehen und mit ihnen reden. Wie in einem Bruce Springsteen-Song. Du rufst an, fragst, wie's ihnen geht und merkst, ob sie dir verziehen haben. Ah, genau. Und ich, ich fühl mich gut. Und die fühlen sich gut. Die Frage ist, ob's ihnen dann besser geht, aber du fühlst dich besser. Ich wär wieder rein und unbelastet. Du willst auf zu neuen Ufern? Genau das willst du doch. Und damit liegst du richtig. Gold richtig. Zum Abschied blickst du ihnen nochmal tief in die Augen, sagst alles Gute, Top-Five, und beginnst dein neues Leben. Alles Gute, Top-Five. Danke, Boss.